Hallo, willkommen am Stand des Jule Comics Verlags. Ich bin Robert Günther und zusammen mit Janine Feix veröffentlichen wir unsere Comics in diesem Independent Verlag. Wir freuen uns dieses Jahr auf der digitalen Comic Invasion zu sein. Als kleiner Berliner Verlag, oder besser gesagt Comic Verlag, ist das natürlich unser Hauptevent im Jahr. Dieses Jahr haben wir zwei neue Hefte dabei. Zum einen natürlich aus unserer Serie Berlin Shorts, die Nummer 4. Auch wieder mit verschiedenen Kurzcomics und verschiedenen Stilen, die wir ausprobiert haben. Und ein weiteres Heft, Wahnsinn. Dieser Comic ist eigentlich als 24-Stunden-Comic entstanden im Oktober 2019 im Literarischen Kolloquium Berlin. Diesen Comic habe ich zusammen mit Janine Feix dann auch überarbeitet, also koloriert. Und sie hat die Texte noch einmal überarbeitet. Und dann ist dieser 24-seitige Comic entstanden. Ganz besonders stolz sind wir dann natürlich darauf, dass auch Augusto Peim, der Mitarbeiter im Literarischen Kolloquium und Veranstalter dieses 24-Stunden-Comics-Events, dort ein Vorwort geschrieben hat. Hier unten seht ihr jetzt noch einmal unsere Homepage-Adresse eingeblendet. Falls euch etwas gefallen sollte, könnt ihr gerne über unsere Homepage in den Shop gelangen und dort unsere Comics erlernen. Viel Spaß noch weiterhin. Euer Gute Comics Verlag. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.